Musik Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Komm schon, Zoe, gehen wir. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow, Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der noch mal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur 7999 Dollar mit einem zinslosen Kredit auf zwei Jahre. Und sie haben zwei Jahre Garantie auf das Modell. Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet ihr da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ja, gleich. Den Kerl nicht. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist noch mal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX-400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Musik существ Musik 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 Amen. 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 Das waren zwölf Meilen. Noch fünf Meilen bis zum Ziel. Amen. Hey, weg da! Du verscheust doch meine Kunden! Das sollte doch in Bucht 7 sein. Hier ist alle Kürtel! Alle Kürtel-Tablenkwörnerinnen und Kürtel von der Kürtel! Keine Hände schütteln. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. 0.848. Wir fliegen den Abruiden! 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 Abruiden stehen unter Götzlust. Die Familie, sie sind unabhängig. Wir nehmen unseren Satz ein. Wir nehmen die Ruhe. Maschinen, meine Damen und Herren, sollen uns dienen und nicht ersetzen. 35% Arbeitslosigkeit, Millionen ohne Job. Und tun wir irgendetwas. Ja! Wir wollen Jobs. Wir wollen Jobs. Nicht mehr. Wir wollen Jobs. Wir wollen Jobs. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich? Hey, Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an. Gerade unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen. Ja, ja, zeig's Ihnen. Mach die Perfect. Los auf die Blechbüchse. Ja, sehr gut. Gut, zeig's ihm, zeig's ihm. Hammer! Du Jobverlächter! Verpasst die Bleibreibung! Ja! Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Arboiden stehlen unsere Jobs. Ja! Wir müssen Familien ernähren und diese Arboiden nehmen unseren Platz ein. Wir müssen Arboiden! Maschinen! Meine Damen und Herren, sollen uns dienen. Und nicht erinnern. 35 Prozent Arbeitslosigkeit! Millionen ohne Job! Ja! Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG